Karl, geh da mal wieder zum anderen drüber. Oh! Du sagst, Tobi, ich soll weg. Ach du Scheiße, was ist mit ihm denn los? Ach du Scheiße. Muss ja weg, 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 weg. Ja, ihr Schweine, nicht das, was ihr denkt. Ja, wir eskalieren jetzt nicht mehr, wir elakulieren jetzt nur noch. Das ist für mich in Rainbow Six Siege ein neues Synonym für eskalieren. Und ich bin wahrhaftig kein Pro. Ich meine, das merkt man ja schon daran, dass ich in Casual Ela spiele. Ich meine, hallo? Ja, da wurde ich ja schon meistens beschimpft, dass ich ein Tryhard manchmal bin. Aber ich bin halt kein Pro in Rainbow Six Siege. Aber ich muss wirklich sagen, in letzter Zeit spiele ich mit den weiblichen Charaktern in Rainbow Six Siege deutlich besser, als wenn ich Leute wie zum Beispiel Bug spiele. Sag mal. What the fuck? Ey, welcher Hurensohn, ey, was ist das mit ihm? Ist das wieder Finn oder was? Ist der doof oder was? Hauptsache das stärkste Glied im Team ausschalten, so ist es richtig. Ja, genau, alles klar. Dafür, das warst du, ne? Hier, kannst du mal am Arsch legen. Nee, das war ich nicht. Das war der, der mich gekillt hat. Einen! Kommt, ja kommt da her, ihr Ficker, Alter! Kommt doch, Alter! One-Man-Army-Sylvester Stallone für Silvester. Ja, das war ich nicht. Das war der, der mich gekillt hat. Kommt, kommt! Ich fick euer Leben, Alter! Bastard, ey. Da oben, da oben. Ah, einen hab ich! One-Versus-One, Junge, was ist da los? Ich wurde entdeckt. Oh, nein. Wo ist der Typ? Ja, scheiß drauf. Hier an deinem Gesicht! Nein! Da, der Pisser, ey! Wie er sich da in der Bar versteckt, der Schlingel, Alter. Das war natürlich jetzt das Paradebeispiel, was man dafür nehmen musste. Aber es geht natürlich auch anders. Wenn ich zum Beispiel Echo nehme, dann kann man das ein oder andere schon mal regeln. Ah, die kommt von beiden Seiten! Oh, ich hab ihn, ich hab ihn getroffen! Oder? Der ist verletzt. Der ist links vorbeigelaufen. Ja, 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 ja. Danke, Space, danke! Hey! Den haben wir! Ey, den nehmen... Oh, sieht nicht schlecht. Der ist schweiß. Wie schlecht! Kommt her, Alter! Kommt ruhig, traut euch! Space, der ist bei dir! Ja, Mann! Was ist da los? 8 zu 1, Alter! 8 zu 2! Aber kommen wir jetzt mal zu Ela und Twitch. Die zwei Charaktere, mit denen ich momentan am meisten und am liebsten spiele. Und mit denen ich auch relativ gut bin. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich die Spieler ein bisschen ablenke mit meinen Hintern. I like big butts and I cannot lie. You other brothers can't deny. Oh, nicht wieder. Ah, komm! Die schweige ich! Sterb! Du Homo, ey. Tod, gefickt, Alter. Das Ding ist so schnell wie ein Maschinengewehr. Ohne Witz. Was ist das für ein Teil, ey? Ist ja unmenschlich. Was hast du für ein Gewehr? Ein Skorpion! Alter! Schon wieder! Oh, fuck! Ich seh den da, wo ich das Fenster sitze. Ja! Du Homo, ey! Oh, ja. Aufwassler, kommt noch einer. Oh, nein! Nein, 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 nein! Du musst mich wieder benennen. Warte, warte, ich komm zu dir. Ja, ja. Komm, 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 komm. Warte, komm. Komm. Jetzt. Jetzt. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Ja, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Da ist er. Ich hab' ich gesehen. Ah, nice. Ich geh mal rein. Komm, dann schaffst du. Geh rein. Ah, ja, ja. Oh, oh, oh! Alter, beruhig dich, beruhig dich. Was bist du? Ruhe, 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 beruhig dich, beruhig dich. Wir fallern die Ohren um die Ecken, ey. Da, 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 links, 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 links. Oh, Alter, sprich. Der hat's nur bekommen, Alter. Der hat's nur bekommen. Okay, ich mach mal den Diffuser hin. Äh, jetzt. Jetzt erst mal. Jetzt erst mal Windows 10 Koffer auspacken. Oh, nee. Haben wir auch für Windows 10. Alle recht, Windows Sowjet ist nämlich viel besser. Ja, mit der Skorpion von Ela kann man schon ordentlichen. elakulieren, ne? Aber, wenn man dann wieder Bug spielt, dann sieht das Ganze wieder ein bisschen anders aus. Ah, da, du Homo. Komm her, ich fick deine Mutter und deine ganze Generation. Ich lieb es, wenn er einfach so, als wenn er auch losstellt. Ah, jetzt hab ich dich. Komm her. Ey, spring da drüber, du Homo. Ey, spring da drüber, Mensch. Schreib's gleich aus. Warum ist der jetzt tot? Ah, kommt mit zwei, kommt mit zwei, kommt mit fünf. Ich fick eure. Fick dich doch. Komm mit mir, wir gehen woanders, nein. Ich hab schon einen. Noch einen. Ah, ich weiß, wo er ist, ich weiß, wo er ist. Ah. Ich bin mir sicher. Alter, was ist los mit dir? 12 zu 2, Digga. Ich weiß nicht, wieso, aber nichts toppt einfach Ela. Dieses Scorpion, das Ding, das sollte eigentlich ein MG42 sein, so schnell wie das schießt. Äh, was ist mit ihm denn falsch, Alter? Steht er da einfach durchs Loch und guckt wie so ein Depp, ey. Hier, Granate in dein Gesicht, Junge. Ja, verreck halt nicht, noch eine. Ich krieg dich, du Bastard. Komm, komm. Ja. Hättest du dir gedacht, mich von hinten zu erschießen, du feige Ratte. Hört er hier irgendwo so. Ah, guck mal da. Ah, Karlsson vom Dach. Kommt da und kriegt sie schön aufs Fressbrett. Ist aber noch einer, Junge. Ich hör doch Schritte, ihr wollt mich doch kommen. Yo, lol. Ja. Werf einfach mal den Nate hier rein. Komm rein. Komm rein. Komm rein und beehren sie uns bald. Yo, jetzt haben sie geplantet. What the fuck? Wo soll denn der? Hä? WTF? Wo ist denn das Schei? Ach, der hat unten geplantet, glaube ich, oder? Ja, der passt da. Der passt da mit P. Oh, oh. Ah, guck mal da oben. Da oben schleicht er noch. Falscher Raum, Junge. In dein Gesicht. In your face. Jetzt müssen wir nur noch einen Diffuser suchen. Ne, ne. Ach, scheiße. Lebt noch einer. Wo ist er? Wo ist er? Leute, äh, okay. Alles klar. Äh, ja, äh, du machst das schon, ne? Du machst das schon. Du machst das schon, Freund. Ja. Lecker Ründchen geworden. So mustert. Der zeigt sich aber mal nicht, der Typ, ne? Der ist hier rein am Ballern wie so ein Bescheuerter, aber... Kommt mal da. Ja, toll. Das war jetzt ein bisschen zu schnell. Ich muss... Oh, ach, komm. Ich hab' hier auch noch. Alter, der Schoss, der... Der Schoss, der Schoss, wahrscheinlich der Schoss. Der Schoss ist aber nice. Da kann man schon ein bisschen drauf... Ela... 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 Ela kulieren. Wahrscheinlich Ela kulieren. Weil ich Ela spiele, genau. Ich gewinne ja eh nicht mehr. Ich bin allein. Die sind locker vorne an der Haupttür, ey. Jetzt wird erstmal ein bisschen Ela kulat hier verteilt. Das ist ja, sag ich schon. Da sind sie doch. Viele Grüße vom, äh... MG42 aka Scorpion. Das Ding ist... Haa... Haa... Haa...